Alter du bist tot. Alter ich hab Wurfechse, ich will dir mal mehr erzählen. Du hast Wurfechse. Warum gehen denn immer alle auf mich? Sind die behindert? Die behindert? Das ist nur, ist nur. Alter Streitkolben. Ich bin kein Smoo, ich bin ein Schmarsch. Diese scheiß große Schwert, dieses breitschwertbrechtigen Hurensohn da. Alter wie es einfach überhaupt keine Reichweite hat. Was denn? Mann. Der scheiß Streitkol, äh der scheiß Hammer da. Ey das ist total unfair. Wenn der mich aufpiekt, ist es viel stärker, als wenn ich mit der Scheiß Sack mit der Schneidehau. Was soll denn Quatsch denn? Oh das war der Kopf. Das war mein Kopf. Und er rollt, er rollt, er rollt. Oh Sedi. Ich war gerade am sterben. Der Kopf war weg. Sedi wo bist denn du jetzt? Rot. Ich wollte dich gerade holen. Da gibt es jetzt eine mit einer Axt. Ja, ja ich weiß. Weißt du das ja? Oh. Mit dem Bogen hat der gewonnen. Dem will er das denn erzählen. Dem Bogenschütze. Will er das denn erzählen. Er saß in der Ecke und hat immer abgestaubt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das war ein Abstauber. Das war ein scheiß Abstauber. Sedi hat neun Kills, ne? Und 19 mal gestorben. Alter. Vielleicht bin ich ein bisschen schlecht. Wusstet ihr das ja mit Q hier diese Fans machen könnt, antäuschen? Das ist immer ganz praktisch. Wat? Mason Orden jetzt, ne? Nee, natürlich. Ich probier jetzt mal den Hammer aus. Mason Orden, ja? Ja. Die tönen sich jedenfalls sich selbst. Gut, Sackfull ist bei den anderen. Wir haben gewonnen. Die schlachten sich gegenseitig. Dieser Sackfull ist so schlecht. Ja. Einfach alle schreien. Ich stell mich mal hier vor mit so einem Schild. Was denn jetzt passiert? Alter, der kommt da rein. Springt mir ab. Ich bin eben direkt tot. Schlag. Alter Falter. Junge, was ist hier grad los? Ja, wir gewinnen. Ja, wir sind durchgebrochen. Wir sind durchgebrochen. Irgendwie. Aber bestimmt da ein Sackfull. Erstmal drei Stück aus der einen Reine ausgeschaltet. Und dann kamen wir dran. Das ist auch geil. War man sich auf den Schildknopf. Das beste Spiel der Welt. Aua! Mann, wer macht denn hier wieder Team Atec? Macht den ja eigentlich immer Aua, Mann. Aua. Beate. Beate. Fuck my life. Pass auf. Die töten sich gegenseitig. Wie war es das schon wieder? Was ist passiert? Ach so ist dieses Runden-Ding. Bis alle tot sind oder so, ne? Ja. Ich renne mal hinten durch zu den Bogenschützen. Irgendwie. Meine Axt zittert. Ist egal. Ich hab nen Hammer. Alter. Was? Was? Ja, ich bin tot. Hm. Ja. Ich denke, du meinst das zu schildern. Ja. Gut. Woher sind die denn? Es ist ein guter Tag. Es ist ein guter Tag. Es ist ein guter Tag. Junge, mich springt immer irgendein Wichs an. Gib mir einen Schlag und ich bin einfach direkt tot. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Was spiel ich denn als nächstes? Hele Bade, Mann. Hele Bade? Ist Hele Bade gut? Nö. Aber ich mag diese Pike. Die Hippe meine ich. Hippe, Hippo, die Hippo. Angry, Angry, Hippo. Vielleicht spiel ich gleich mal Bogenschütze. Ist voll langweilig, Bogenschütze. Schneiden ist voll dumm. Ist voll für Anfänger. Ich hab mal überlebt den ersten Anstummer. Das ist ein guter Anfang. Ja, fuck it. Hey Roger, Roger. Da sind Gegner bei dir für dich. Schade, ich würde gern so einen Streitkolben wie Robert Baratheon führen. Einfach so rumbrüllen und meinen Streitkolben schwingen, meinen mächtigen. Schade, Mann. Ach, Sadie. Warte mal, das sind Teammitglieder und töten wir uns gegenseitig. Äh. Man weiß es nicht. Pfff. Man ist mir einfach rumschreien, ey. Schreit der da die ganze Zeit so. Was ist das schon? Schon wieder vorbei. Roger! Alter, geh weg! Shit. Oh, wegzideportiert. Charge! Okay, ich charge doch nicht. Warte erstmal, bis die ersten verrecken. Zed, du bist schon drin. Ja! Ich finde eigentlich ein Bogenschütz von hier oben. Wer meint es tot? Ich krieg noch mal zwei ein Bogenschütz dran. Glory for Agatha! Wie viele Bogenschützen da oben sind. Nein, ich töte einfach alles. Ich renne einfach mal rein. Shit! Da ist noch ein, äh, mit so'n, mit so'n, mit so'n, mit so'n breitschwert. Oh, breitschwert! Das hat weh tun. Kannst wahrscheinlich sterben. Ah! Oh mein Gott! Der Camel ist im Dreieck. Alter, was ich hier aufgeräumt habe. Ganz'n Bogenschützen weg. Hilfe! Hilfe! Wo bist'n du? Fett ist viel mit Rüstung hinter mir draußen. Ich lauf' jetzt rein. Von oben. Fuck. Wo denn? Oga, ich seh' dich gar nicht. Hab' ich hier überhaupt auf der Freundesbiste? Wegen unten im Innenhof, unten im Innenhof. Oga ist weit weg von allem. Oga, kommt mir entgegengesprung. Warte, komm, komm, komm! Hilfe! 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 Und Reno kriegt den Killing. Die Art der Spasten. Los, Tommy. Vergewaltigen jene. Er ist tot. Es gibt niemanden mehr. Oh, oh. Ich renne halt. Na! Oh fuck, ich hab' schon was abbekommen. Der ist ein Sack voll ist'n Admin. Wirklich? Ist der denn unser? Ist der im Ernst, oder? Wirklich? Ey, der Sack voll ist doch schlecht! Bämsen. Der war. Der war mal. Da hinten. Er läuft weg. Die Fallgenuss. Oh, da unten kommen ja noch ein paar. Oh fuck. Mann! Woher kommt der denn jetzt her? Ah, Misskind. Misskind. Misskind heißt der. Toon-Zone heißt der. Wo liebst du noch? Äh, liebst du? Ich? Ach, was? Wollt direkt wieder one-hitted. Warum auch immer das immer bei mir passiert? Vielleicht gehst du zu einem Nergisch-Schreien. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass alle irgendwie sechs Schläge überleben und ich bei direkt einem Schlag auf'n Schädel sterbe? Oh, der Spielmodus ist aber echt ein bisschen bored. Bored? Boring. Wieso, das ist witzig. Alle sterben. Alle sterben. Alle sterben, Rio. Ja. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass dieser Sackfuhlen-Admin ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Seh die doch jetzt doch immer sofort reichen, ey. Alter. Ja, blockt halt hier noch mehr. Ich hab kein Schild. Uh, Double Kill. Get on my level, man. Get it. Oh fuck. Ah, Bogenschützen. Hilfe. Hier, Bogenschützen. Ja, ja. Ach, nee. Ich renne grad auf sie zu. Ach, kaputt. Ich muss doch kurz heilen, Alter. Sackfuhl. Auf Sackfuhl. Hab ich schon. Alter, Beate. Was? Nee, Isena. Oh, da ist ein Bogenschütze. Oh, ich hab ihn ne Beine abgehackt. Was? Mit armen Beinen. Oh, ho, ho, ho. Alter, wer geht denn hier noch? Wir haben aus dem Weg jetzt hier. Wie geht's? Kann man aber nicht wahr sein. Das ist dein Teammate. Hier. Ist egal. War mir im Weg. Ich bin ein Barbar. Oh, nimm der Barbar. Ja, er hat mich gereizt. Er hat mich angeschubst in der Schlacht. Da kann mir auch schon mal das Schwert ausrutschen. Hey, Rio, wie geht's? Alles fit? Ja, noch schon. Aua. Direkt hinter dir. Komm, wir holen uns den Bogenschütze. Go, 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 go. Aber nur zähldrücken. Und da ist einer her. Dann kriegen wir den Nächsten. Gibt's eigentlich auch so einen Spezialangriff mit... Oh, shit. Mono-Gundalf. Oh, hinter dir. Oh, what? Ja, natürlich. Wer den Arm abgeschlagen hat. Wie ist denn, wie ist denn bitte die Battle-Ex besser als... Ja, na. Ich frag einfach nicht. Ja, natürlich. Oh, Tyler, ja. Erzählnd. Wir alle getrennt! We're all getrennt! Wir alle... We're all getrennt! jetzt hast du schon jeder ist mal einer ja super dass der kopf ist einfach geplatzt er hat einfach mal den bett längst mehr von übrig ins gesicht bekommen und dann hier unten ist so einer von uns und er hat noch keinen schlitzer blut an sich süß er hat ihn geblockt die würden sie jetzt mehr die holten sich ich glaube ja nicht ich glaube werden verlieren breitag ist eine zweischneidige breite ich glaube ich glaube wenn er hat nicht dreitaxt ja war ich doch gesagt mir die gewinnt die kamer ist euch gesagt die kamera ist genial kann der der sackfurt ist doch niemals im leben etnen oder ja ich meine hier ich muss gerade mal wieder ein löschen dabei ein bisschen schreien ich komme direkt zwei pfeile ins gesicht ich glaube ich glaube auch ja los geht ihr mal vor hier nein ich hab zwei pfeile im gesicht hängen ich kann nicht vorgeben ich gehe jetzt erst noch nicht durch über das man muss die anderen kommen ich bin kein tank nein man ich bin pikini ich muss da rein ich muss da rein oder oben da oben sind sie die bogenschützen ich komme hier vernichten jetzt ja jetzt kommt er von hinten an das ist voll zum kotzen ich hasse es ich töste nach blut oh shit seht ihn nicht sackfurt töten das ist auf unserer seite shit oh getötet haha dich getötet ich hab dich getötet du hast dich getötet oh oh gott ja ich hab ausgeholt oh man wieso spiel ich auch noch mit dir Alter ich geh jetzt um durch die Decke durch das geht nicht Bro, du hast sogar lebend du hast sogar lebend du hast sogar lebend der geiler jump ey er ist geil gejumped er fliegt erstmal so durch die luft oh jetzt kommen die battleaxe ohhhhhh schlechter Wurf oh naja was los nach oben oh holt ihn euch Edmink der ist Edmink der Edmink der Edmink der Edmink wie sich alle die Beine brechen mhm War of the Roses muss ich auch nochmal ausprobieren das ist auch